Hallo liebe Freunde der Schachsports, ich melde mich zurück mit einer Partie von der Frauenweltmeisterschaft Huyifan gegen Maria Musichuk im ukrainischen Lviv, oder Lemberg wurde mir gesagt, heißt er auf Deutsch. Sechste Runde wird mittlerweile gespielt, die Favoritin und Herausfordererin Huyifan liegt in Führung mit 3 zu 2. Die letzten beiden Partien allerdings doppelt schwarz für Maria Musichuk und in beiden Partien hat sie ohne Probleme standgehalten, gut vorbereitet und ein gutes Spiel. Also diese sechste Runde Musichuk wieder mit Weiß, eine Art Schlüsselpartie. Ob die Weltmeisterin den Score ausgleichen kann, Huyifan ihre Führung ausbauen, ob es beim Status Quo bleibt, steigen wir am besten gleich ein in die Partie. Musichuk mit Weiß greift zuerst ins E4, wie schon in der ersten Partie, danach in der nächsten Weißpartie in Runde 3 hätte sie sich an D4 probiert, aber sie möchte die E4-Diskussion weiterführen. Huyifan hat auch keinen Grund, was zu ändern, spielt E5-Sprenger C6, was beide Seiten gegen erstens E4 vorbereitet haben und wir sehen wieder die italienische Partie, also so auf Deutsch, ich glaube schon italienisch. Drittens Läufer C4, Läufer C5, Rochade, Springer nach F6, D3, D6, soweit alles aus der ersten Partie bekannt, C3, kurze Rochade und jetzt der Zug Läufer nach G5. Das ist eine trickreiche Variante und dazu muss ich hier ein bisschen ausholen. In dieser Stellung bevorzugt ein Großteil der Spieler mit der Rochade noch einen Zug zu warten, zum Beispiel A6 zu spielen, ist hier ein sehr vorbereiteter Zug, um Läufer A7 vorzubereiten, manche greifen auch sofort zu H6, um Läufer G5 aus dem Weg zu gehen, aber Huyifan hat keine Angst davor, Rochiert rein in diesen Zug und Musicuk greift diesmal zu dieser Fesselung Läufer G5, die Vor- und Nachteile hat. Der Vorteil natürlich, so eine Fesselung ist immer unangenehm und um die loszuwerden, muss Schwarz sich wahrscheinlich früher oder später am Königsvögel schwächen mit H6 und G5. Der Nachteil ist, die Konsequenzen von diesem H6, G5, was auch sofort folgt, sind nicht völlig klar, wen diese bevorteilen. H6, Läufer H4 natürlich die Idee und G5 sieht extrem aus, schwächt den eigenen König, aber Schwarz muss diese Fesselung brechen, bevor Weiß sich in aller Ruhe weiterentwickeln kann und da ist dies der beste Zeitpunkt, das sofort zu tun. Soweit auch alles wohlbekannt und Musicuk greift zu dem Zug Läufer nach G3. Nicht der einzige Zug. Ein Grund, warum ich dieser Variante häufiger denn nicht aus dem Weg gehe, ist, dass ich immer einen gesunden Respekt habe vor diesem Figurenabfall, Sprenger schlägt G5. Wird auf hohem Niveau sehr selten gespielt und vielleicht schlägt es auch nicht durch, H schlägt G5, Wolf schlägt G5, aber mir macht es immer durchaus Angst, Weiß hat nicht sofort entscheidenden Angriff, aber es ist relativ schwer, diese Fesselung loszuwerden und Weiß hat sehr viele sinnvolle Züge, um den Druck zu verstärken. Dame F3, den Springer zu versuchen in die Nähe zu bringen und so weiter und so fort. Ich habe das hier ein bisschen analysiert, ich denke Schwarz sollte standhalten, aber es ist trotzdem ein interessanter Versuch. Dame F3, wahrscheinlich der vielversprechendste Zug nach König G7, sorry, König G7, Dame F3 und dann irgendwas wie Turm nach H8 gefolgt von Sprenger A3 oder B4 nebst Sprenger A3 mit sehr, sehr kompliziertem Spiel. Aber Musi-Chuk war dazu nicht in der Stimmung. Eine kurze Variante noch, die nicht weiter relevant, aber hübsch ist, König H1 sieht hier auch sehr gefährlich aus, um F4 vorzubereiten, aber auf König H1 kann Schwarz dieses verhindern mit Turm H8 und die Pointe ist, dass auf F4 der Einschlag Turm schlägt H2 für Schwarz gewinnbringend ist. König schlägt H2, Dame H8 Schach, König G3, E schlägt F4 und der weiße König wird übers Feld gejagt und einige Züge später vollstreckt. Sagen wir das, der König wird vollstreckt. Ich weiß nicht, auf jeden Fall sollte man so nicht spielen. Und Musi-Chuk hatte auch nichts davon geplant, sondern spielt einfach den normalen Zugläufer nach G3. Und jetzt die Frage, wiegt die Schwächung des schwarzen Königsvögels schwerer oder der Faktor, dass dieser Läufer auf G3 ein bisschen außer Spiel sein könnte? Er hat es nicht leicht, wieder zurückzukehren in die Partie, denn diese Bauern halten ihn ziemlich gut in diesem Käfig. Also eine strategisch sehr anspruchsvolle Situation, die überraschend selten auf hohem Niveau anzutreffen ist, eben weil die meisten Schwarzspieler sich nicht auf Kurzhorchale einlassen. Hier auch eine sehr interessante und sehr direkte Entscheidung von Hu Yifan. Sie greift zudem zu G5 nach G4, der in dieser sowieso schon seltenen Lage noch seltener gespielt wird. Der Hauptzug ist hier Läufer G4 zu spielen, diesen Sprenger zu fesseln und dann entweder mit Sprenger H5 diesen Läufer abzutauschen oder sich nach F4 zu begeben oder auf H3 diese Fesselung aufrechtzuerhalten, den Läufer nach H5 zu stellen. Häufig mit Ideen wie Läufer G6, Sprenger H5 und Schwarz möchte später gegebenenfalls F5 vorbereiten. Führt alles zu sehr kompliziertem Spiel. Hu Yifan spielt es noch direkter, spielt G5 nach G4. Wieder sehr zweischneidig, Bauern ziehen niemals zurück und schwächt natürlich das Feld H4, aber sie hat eine sehr direkte Idee, nämlich mit Sprenger H5 diesen Läufer anzufeinden. Hier spielt der Musi Csuk Sprenger H4 wahrscheinlich der natürlichste Zug, um das Feld F5 im Auge zu behalten, aber auch zweischneidig. Wir wissen, Sprenger am Rand bringt Kummer und Schand. Es gab durchaus Alternativen. Eine wäre den Sprenger in die Mitte zu stellen, Sprenger FD2. Dann denke ich, dass Schwarz nach Sprenger H5 gut im Geschäft ist, aber trotzdem wäre das eine etwas sicherere Fortsetzung. Anderer Zug, der aber wahrscheinlich gar nicht erwogen wurde von Weiß, ist der Zug Läufer nach H4 und der Figurenopfer diese Fesselung wiederherzustellen. Aber Läufer H4 wäre eigentlich nur ein Remisangebot und da Musi Csuk im Match zurückliegt, weil sie das nicht groß erwogen haben. Der Punkt ist, dass nach Gf3 Dame F3, um diesen Springer zu decken, König G7 geschehen muss und Weiß kann und sollte hier die Züge wiederholen mit Dame G3 Schach, König irgendwo hin und Dame F3 zurück und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, nicht im Interesse der Anziehenden. Daher spielte sie den Zug Sprenger nach H4. Die komplizierte Fortsetzung. Und Hobi Fan zeigt ihre Idee, sie kann jetzt sofort Sprenger H5 spielen und damit diesen Läufer bekämpfen, weil das Feld H5 eben unter Kontrolle ist. Hier auch ein Manöver, das in letzter Zeit sehr typisch geworden ist im Italiener von Musi Csuk. Sie spielt A4, was auf den ersten Blick eine recht primitive Drohung beinhaltet, nämlich eine B4 nebst A5, diesen Läufer zu fangen. Aber die Hauptidee ist, dass nach schwarzem A6 auf A5 wäre das Gleiche passiert, jetzt der Springer die Route über A3 nehmen kann. Traditionell nahm dieser Springer die Route über D2 und nach Turm E1, Springer F1 nach E3. Aber man hat irgendwann festgestellt, dass der Springer auch über A3, C2 nach E3 gehen kann, ohne dass dieser Turm sich bewegen muss. Spart also, keine Ahnung, ein halbes Tempo, weil Turm E1 häufiger auch ein sinnvoller Zug ist, aber trotzdem eine neue Idee, die zuletzt viel gesehen wurde. Also, Springer A3, Huye Fan, spielt naheliegend Dame nach G5, zentralisiert, mal zentralisieren kann man nicht sagen, aktiviert diese Dame, behält sich noch vor, ob sie auf G3 schlagen möchte und wenn ja, wann. Auch die nächsten Züge sehr naheliegend, Springer nach C2, der Springer setzt seine Route fort und schwarz spielt Läufer A7, sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber es ist immer sinnvoll, nicht in D4 oder B4 mit Tempo reinzulaufen. Früher oder später sollte dieser Läufer den freiwilligen Rückzug machen. Jetzt eine sehr interessante Entscheidung von der Weltmeisterin Maria Musitschuk, sie bietet hier ein Bauernopfer an mit dem Zug Springer E3. Nicht erzwungen, weil es kann auch B4 spielen oder irgendeinen neutralen Zug mit grob ausgeglichener Lage, aber Springer E3 ist recht verlockend. Der Springer bestreicht drei kritische Felder und die Annahme dieses Bauern hätte auch seine Nachteile. Sagen wir, Läufer schlägt E3, sorry, kleiner Spoiler da, ich hoffe, es hat niemand gesehen. Läufer schlägt E3, F schlägt E, wenn sofort Dame schlägt E3, käme dieser Läufer wieder zurück zu den lebenden, wer F2, das will man nicht. Aber selbst wenn wir den erst schlagen und jetzt den Bauern schlagen, hätte Schwarz 2 ein Bauern mehr und weiß eine komische Struktur. Aber wichtiger ist hier, dass die weißen Figuren alle enorm aktiv sind und auf den schwarzen König zeigen. Der Computer hält diese Stellung aus, sagt Dame G5 und es ist nichts Schlimmes passiert, aber aus Menschensicht ist das sehr, sehr unangenehm. Sagen wir Dame B3, greift hier nochmal an, Springer D8, Turm F2 mit der Idee Turm F1 und diese Stellung sieht ziemlich unspielbar aus für Schwarz. Daher keinerlei Überraschung, dass Huyifan dieses Darnäher-Geschenk, sagt man das, kann man was heißt, aber dieses Geschenk auf E3 nicht annimmt und sie spielt stattdessen einen sehr naheliegenden Zug, den Zug Sprenger E7, kämpft um die Felder F5 und D5 und aktiviert den Sprenger von C6. Traditionell ein bisschen das Sorgenkind in solchen Stellungen. So, es geht heiter weiter. Musicuk bleibt auf dem Gaspedal, spielt den Zug D3 nach D4, versucht die Stellung weiter zu verkomplizieren. Objektiv denke ich, kein guter Zug, auch wenn er Komplikationen heraufbeschwört. Objektiv wäre es wahrscheinlich besser gewesen, was Ruhiges zu spielen, wie Turm E1 oder Dame E2, wonach die Stellung grob ausgeglichen bleibt. Schlaßen folgte D4, sehr logisch, blockt diesen Läufer. Und schafft weitere Spannungen im Zentrum. Aber ich denke, es ist kein guter Zug. Und der Grund dafür ist, dass Schwarz jetzt sehr vielversprechend abwickeln konnte. Mit Sprenger schlägt G3, H schlägt G muss sein, E schlägt D4, das wäre die Pointe, C schlägt D4 und Dame nach G7, der Schlüsselzug dieser Sequenz. Das folgte in der Partie nicht, wäre aber die beste Antwort gewesen. Dame G7 stellt weiß unangenehme Fragen, wie sie diesen Bauern auf D4 verteidigen möchte. Und es gibt keine gute Lösung. Sprenger nach C2 hilft nichts, dann kommt Sprenger C6 zurück, greift diesen Bauern wieder an. Wenn er vorgeht, hat der Sprenger ein Traumfeld auf E5. Hier steht Schwarz schon deutlich besser. Wenn sofort D5 folgt, kann weiß ich Schwarz sich überlegen, ob sie gierig auf E3 und B2 schlagen würde. Oder den Zug spielen, der mir besser gefällt, nämlich F5. Jetzt ausnutzen, dass weiß ihren eigenen Läufer einbauen musste auf C4 mit dem Zug D5 und die restlichen Figuren aktivieren. Und nach F5 steht Schwarz ein bisschen besser, zum Beispiel wenn sich hier alles tauscht. Das wäre eine sehr angenehme Situation für Schwarz, weil der schwarze Läufer dem weißen Läufer überlegen ist. So hätte Huyifan, denke ich, spielen sollen. Vielleicht hat sich Sprenger nach F5 gefürchtet oder irgendwie sowas. Aber auch das sieht alles recht viel Versprechen aus für Schwarz. Hier zum Beispiel schlägt und H5 greift wieder diesen Bauern an. Und die Schwächung des schwarzen Königs fällt nicht so stark ins Gewicht wie die weißen Koordinationsprobleme. Stattdessen griff die Nummer 1 der Frauen-Weltrangliste nicht zu verwechseln mit der Weltmeisterin. Kommt schnell durcheinander zu dem sofortigen Dame G7. Gleiche Idee, den Bauern hier zu einer Erklärung zwingen. Aber jetzt hat weiß natürlich die Zusatzoption D schlägt E5. Und das stabilisiert die Situation in einer für weiß deutlich angenehmeren Manier. D schlägt E5, Huyifan griff zu, D schlägt E5. Sprenger schlägt G3 kam auch in Frage. Aber sowohl nach H schlägt G3 als auch nach dem direkteren E schlägt D6 würde weiß etwas besser stehen. Daher spielt Schwarz D schlägt E5. Aber jetzt hat sich die Struktur eher zum Vorteil des Weißen verändert. Unter anderem, weil diese Dame die D-Linie kontrolliert. Und Musicuk bleibt weiter auf dem Gaspedal, habe ich schon mal gesagt. Aber bewirkt eine weitere Veränderung der Struktur hier mit dem Zug Springer E nach F5. Auch verständlich, dass sie diesen Springer nicht ewig auf E3 stehen haben möchte. Aber ich denke, dass das nicht die maximalen Probleme stellt an die Schwarze. Dass es besser gewesen wäre, hier einen Zug wie A5 zu spielen, ist ein typischer Zug, um den Bauern B7 festzulegen, ein bisschen Raum zu gewinnen. Schwarz zu fragen, was hast du denn eigentlich vor? Und diese Störung ist, glaube ich, etwas angenehmer für Weiß, weil die weißen Figuren etwas stärker sind. Und hier die Schwächung des schwarzen Königs durchaus ins Gewicht fallen kann. Stattdessen folgte Springer nach F5. Oh, je fun, schlägt mit dem Läufer, was naheliegend ist. Wenn sie mit dem Springer schlägt, ist nachher E schlägt F5 dieser Läufer ein bisschen außerspielt. Daher Läufer schlägt F5. E schlägt F5. Recht verpflichtend. Man könnte natürlich auch mit dem Springer schlagen, aber dann hätte Schwarz keine besonders ernsthaften Sorgen. Tauscht einfach alles und spielt E4. Der Idee E3. Schwarzer kein Problem. Daher E schlägt F5. Und jetzt muss Schwarz auf einmal sehr, sehr aufpassen. Es liegen viele Ideen in der Luft, zum Beispiel mit F6. Das Feld F5 für den Springer zu räumen. Wenn die Dame schlagen müsste, könnte die weiße Dame sich auf G4 bedienen. Mit Turm E1 den Bauern E5 unter Feuer zu nehmen. Und vor allem direkt auch die Invasion Dame nach D7 gilt es zu berücksichtigen. Also muss Schwarz hier sehr, sehr vorsichtig sein. Turm A, D8 zum Beispiel mag naheliegend aussehen. Aber dann geht die Dame nach B3, macht weiter Druck auf F7 und greift gleichzeitig diesen Bauern an. Alles nicht so schön. Und Hojifan macht hier einen Fehler. Sie spielt den Zug Läufer nach C5, will den Springer überdecken, bevor Dame D7 kommt. Und gleichzeitig den Läufer nach D6 überführen, um den Bauern E5 zu stabilisieren. Aber das hätte weiß eine mächtige Initiative bescheren können. Der beste Zug, laut Computer, muss man drauf kommen. Aber es ist eigentlich ein recht logischer Zug. Da sagen wir erst tauschen. Und jetzt Springer nach C8. Mit der Idee, diesen Springer auf ein besseres Feld zu überführen, nach D6. Und dann hält Schwarz gerade so das Gleichgewicht. Gibt auch hier noch eine Computervariante mit Dame D7. Aber Schwarz hält alles aus. Nach Läufer C5 hätte sich Mosicuks aggressives Spiel bezahlt machen können. Aber gerade jetzt, wo sie weiter hätte Druck machen sollen, nimmt sie den Fuß vom Gaspedal und gibt Schwarz eine Atempause. Mit dem Zug Turm nach E1. Sehr logisch, greift den Bauern an. Aber hier gab es schon die Chance, mit F6 den Druck extrem zu erhöhen. Und der Punkt ist, dass Springer schlägt F6 nicht gut. Deswegen läufer schlägt E5. Dieser läufer mit triumphaler Rückkehr. Daher müsste Schwarz Dame schlägt F6 spielen. Und jetzt ist der Bauer G4 weg. Dame schlägt G4 Schach. Dame G5 mehr oder weniger erzwungen. Und jetzt Dame F3. Und wir sehen schon, hier kann nur Weiß besser stehen. Schwarze König ist schwach. Der Bauer auf B7 hängt. Und das schwarze Zentrum ist auch etwas anfällig. Aber das hätte Weiß enorme Initiative und eine sehr, sehr gute Stellung eingebracht. Aber Musicuk geht an dieser Chance vorbei mit dem Zug Turm nach E1. Huyifan ergreift die Gelegenheit beim Schopf, jetzt endlich den Läufer auf G3 zu eliminieren. Springer schlägt G3, H schlägt G3 und den Zug König H8. Sieht schon kommen, dass vielleicht F6 Dame schlägt G4 Schach mal in der Luft liegen könnte. Und geht daher vorsorglich aus der G-Linie. Man hätte auch H5 spielen können, um diesen Bauern für immer am Leben zu halten. König H8. Soweit nichts Wildes passiert. Auch hier denke ich... Was denke ich hier? Ich wollte sagen, sollte Weiß F6 spielen. Aber hier wäre falsches Timing. Weil nach F6 Dame schlägt F6 der Bauer auf F2 angegriffen ist. Das wäre also hier keine gute Idee. Daher der Partiezug völlig in Ordnung. Dame E2 greift diesen Bauern an und zwingt den Läufer in die Passivität nach D6. Und jetzt denke ich, wäre wieder eine gute Gelegenheit für diesen Tausch gewesen mit F6. Dame schlägt F6 und Dame schlägt G4. Wonach Weiß etwas besser steht. Die Störung ist nicht klar mit den ungleichfarbigen Läufern. Aber dadurch, dass der schwarze König schwach ist und dieser Läufer hier sehr aktiv, würde ich hier die weißen Steine bevorzugen. Steißen folgte Dame E4. Auch noch kein Beinbruch. Greift diesen Bauern an. Turm AB8. Aber jetzt beginnt Maria Musitschuk komplett den Faden zu verlieren. Und die nächsten Züge kann man alle einzeln kritisieren. Aber hauptsächlich die grundsätzliche Konzeptlosigkeit. Auch hier wäre F6 noch stark in Frage gekommen. Wobei es logischer wäre, einen Zug vorher zu machen. Der Turm steht auf B8 ein bisschen besser als auf A8. Ansonsten, wenn Weiß nichts machen möchte, ist immer noch A5 ein sinnvoller Zug. Um ein bisschen Raum zu gewinnen. Da zu expandieren. Stattdessen spielt sie Läufer nach E2. Greift diesen Bauern an. Provoziert damit aber den für schwarz sowieso nützlichen Zug H5. Sodass sich das Thema mit F6 erstmal erledigt hat. Und ja, ich kann es bei jedem Zug sagen. Auch hier wäre A5 noch besser gewesen. Vielleicht sogar mit dem Läufer zurückzugehen besser gewesen. Turm AD1. Ein natürlicher Zug, der aber nicht viel bewirkt. Während Huifan ihre Stellung hier mit einfachen Mitteln enorm verstärkt. Da spielt er sehr starke Springer nach G8, um den Springer auf sein Traumfeld F6 zu überführen. Von da aus blockiert er den weißen F-Bauern, kontrolliert das Feld E4 und stabilisiert gleichzeitig diese Bauernkette. Ist ein ideales Feld. Und wenn der F-Bauer einmal blockiert ist, fängt auch dieser Springer auf H4 an. Etwas traurig auszusehen. Weil er nicht wirklich weg kann aus diesem Gefängnis, was die Schwarzen und sein eigener Bauer ihm gebaut haben. Also eine schwache Sequenz von Zügen von Musitschuk. Und hier wird es noch schlimmer. Sie spielt König H2, was nicht nur ein Nullzug ist, sondern sogar kontraproduktiv. Der König kann schnell Ärger kriegen auf dieser Diagonale, wo der schwarze Läufer steht. Immer noch was besser, irgendwas wie A5 zu spielen, ein bisschen Raum zu gewinnen. Auch wenn Schwarz hier schon keinerlei Sorgen mehr hat. Aber König H2. Dame nach G5. Ein weiterer starker Zug. Bevor Huifan den Sprenger auf 6 stellt, möchte sie verhindern, dass die weiße Dame diese Diagonale okkupiert. Spielt daher Dame G5. Jetzt kehrt der Läufer zurück nach C4, erkennt, dass die Mission nicht so viel gebracht hat. Aber die weiße Lage ist bereits schwer. Sprenger nach F6, greift die Dame an. Musitschuk bietet den Damentausch an mit Dame E3. Was verständlich ist, die Dame auf G5 ist sehr mächtig. Und nach Dame E2 wäre E4 schon sehr unangenehm. Deshalb meinte ich vorher, König H2 ist nicht nur ein Nullzug, sondern auch ein Tempoverlust. Oder kontraproduktiv. Denn jetzt nach E4 droht bereits Dame schlägt H4 Schach, weil der König auf dieser Diagonale steht. Daher Dame E3. Aber in dem Endspiel, was Huifan natürlich dankend akzeptiert, hat Schwarz keinerlei Probleme mit dem König. Weiß hat immer noch das Problem mit dem schlechten Sprenger auf H4. Daher schon eine sehr undankbare Situation für die Weißspielerin. Und Huifan verstärkt ihre Stärkung mit natürlichen Zügen E4. Gab hier stets Alternativen. Sie meinte B5 spielen können, spricht auch nichts dagegen, erstmal den König zu aktivieren zum Beispiel. Aber E4, um dem Läufer freie Sicht zu geben, ist ein wunderbarer Zug. Turm nach E2. Zeugt wieder ein bisschen von Mangeln an aktiven Plänen. Hier habe ich auch keine Verbesserungsvorschläge. Der Turm geht aus einem potenziellen Läufer C5 raus. Turm BD8. Läufer B3. Turm D7. Die Türme bereiten sich vor, entweder auf der E- oder auf der D-Linie verdoppelt zu werden, weiter Einfluss zu nehmen. F3. Bisschen Panik wahrscheinlich, weil Musichuk sieht, dass Huifan die Ersteuerung beliebig weiter verstärken kann, wenn das für die Weißspielerin nicht so leicht ist. Zum Beispiel Turm A8. Ups. Turm A8. Und dann nach Turm A7 liegt schon der Durchbruch E3 in der Luft. Daher versucht Weiß hier in ihrer eigenen Zeit noch was zu unternehmen. Aber das ist häufig kontraproduktiv. Und selbst nach F3 droht Weiß noch nicht besonders viel, beziehungsweise schafft es nicht, ihren Sprenger zu befreien. Huifan reagiert einfach mit Turm A8. Und F schlicht G, H schlicht G hätte dem Schwarzen nur die Arbeit erleichtert. Der Sprenger hat immer noch kein Feld. Und der Bauer G3 hat keinen Schutz mehr. Und wird irgendwann fallen nach Plänen wie König G7, Turm H8, nebsturm schlicht H4 zum Beispiel. Wäre diese Stellung schon unerträglich. F schlicht E4 macht es auch nicht besser. Nach Turm schlicht E4 ist wieder ein Problem mit dem Bauern G3. Während F4 das Todesurteil für diesen Sprenger ist. Jetzt gibt es nie mehr Hilfe für ihn. Daher versucht Musicuk die Spannung weiter aufrechtzuerhalten. Spielt Turm DE1, Turm E7. Auch Huifan hält die Spannung offen. Und nun folgt der entscheidende Fehler der Zugläufer nach C2. Wonach die Partie kombinatorisch entschieden werden kann. Musicuk hätte ihre Leiden verlängern können mit dem Zug wie Läufer C4. Was den Turm auf E2 überdeckt. Wonach Schwarz keinen direkten Gewinnweg hat. Aber seine Stellung, ihre Stellung beliebig verstärken kann. Mit König G7, vielleicht C6, B5. Und früher oder später, glaube ich, dass Weiß hier zusammengebrochen wäre. Aber trotzdem musste sie das versuchen. Läufer C2. Warum ist dieser Zug so schlecht? Es gibt eine kleine taktische Pointe. Und ich erzähle sie euch am besten. Da habe ich schon lang genug voll gelabert. E schlicht F3. Jetzt ist dieser Turm angegriffen. Daher muss Turm schlicht E7 sein. Turm schlicht E7. E7 ist dieser Turm angegriffen. Daher muss auch hier Turm schlicht E7 sein. Und so hat der Weiß sich das vorgestellt. Nach Läufer schlicht E7, G schlicht F3. Hat er sich viel getauscht. Weiß steht immer noch schlechter. Aber die Stellung könnte haltbar sein. Aber hier folgt der vernichtende, kleine, aber feine Zwischenzug F2. Der Bauer kontrolliert. Diese beiden Felder kann daher nicht ohne weiteres gestoppt werden. Wer ein Weiß ihn stoppt mit Läufer D3, kann sie nach Läufer schlicht E7 aufgeben. Der Sprenger ist immer noch in seinem Gefängnis. Und Schwarz hat noch diesen Bauern, der jetzt auch für den König ein Gefängnis besorgt. Also sehr traurige Situation für Weiß mit zwei ausgesperrten Figuren. Ich bin nicht sicher, ob Musicuk den Zug F2 übersehen hat oder ob sie in dieser Variante was übersehen hat. Denn die Geschichte ist noch nicht vorbei. Vielleicht ist sie von Weitem auch darauf gesetzt. Okay. Ich spiele Turm schlicht F7. Schwarz kriegt eine neue Dame. Aber ich habe entscheidendes Spiel gegen den schwarzen König. Was nicht so abwegig ist, wie es vielleicht klingen mag. Nach F1-Dame. Springer G6 Schach. Das wurde nicht gespielt in der Partie. Ich erkläre nur kurz. Ah, doch wurde gespielt. Springer G6 Schach. König G8. Sieht es auf den ersten Blick so aus, als könnte Weiß hier eine sehr, sehr bedrohliche Initiative erlangen. Langen mit dem Zugläufer nach B3 schießt gegen den schwarzen König. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich muss gestehen, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, dass Musicuk hierauf gesetzt hatte und das hier erst später auffiel, dass Schwarz hier forciert matt setzen kann mit dem Zugläufer schlicht G3. Der einzige Gewinnzug, aber der gefällt dafür auch sehr glatt. König schlicht G3, Springer E4 Schach. Und nach König H4 ist Dame H1 Schach matt. Während nach König H2 G3 nebst Dame H1 die Partie beendet. Daher folgte Stadtläufer B3 noch Turmschlicht F6. Aber das ist schon reine Agonie. Und Hojifan macht hier kurz einen Prozess, kurz die Varianten berechnet. Und den Zugläufer C5 gespielt, der undeckbar matt auf G1 droht. Und Schwarz hat noch, Weiß hat noch ein, zwei Rache Schachs, aber nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Zum Beispiel Läufer G3, König G7, Turm F7, König H6. Und der Schwarze König ist sicher, was man vom Weißen nicht behaupten kann. Daher gab Musicuk nach Läufer C5, die Partie auf. Ein wichtiger Sieg für die Herausfordererin, die damit mit 4 zu 2 in Führung geht. Und der Titel Wiedererlangung, ist das ein Wort? Ich glaube schon, sehr, sehr nahe kommt. Ich denke, Musicuk wird sich hauptsächlich über ihr uninspiriertes Spiel in dieser Phase ärgern. Vorher hat sie schon den Zug F6 verpasst, aber selbst danach, nach Dame E2, hier steht Weiß noch keineswegs schlechter und sollte immer noch zu F6 greifen. Aber binnen weniger Züge konnte Schwarz hier alles erreichen, wovon sie träumt. H5, Sprenger G8, Sprenger F6, Dame G5. Wenn Weiß keinerlei Fortschritte macht. Bittere Niederlage für die Weltmeisterin und Lokalmateratorin. Wir werden sehen, ob sie es schafft, noch einmal ins Match zurückzukommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Schauen dieses Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüss.